Wer die Fähigkeit, Schönheit zu sehen behält, der altert nicht. Ich schreibe anders, als ich rede. Ich rede anders, als ich denke. Ich denke anders, als ich denken soll. Und so geht es weiter bis ins tiefste Dunkel. Ihre Sicherheit ist nur durch ihre Dummheit möglich. Die Liebe ist so unproblematisch wie ein Fahrzeug. Problematisch sind nur die Lenker, die Fahrgäste und die Straße. Jeder nützte seine Macht aus und beschünfte den Niedrigen. War man einmal daran gewöhnt, klang es nicht anders, als das regelmäßige Uhrenschlagen. Der Sinn des Lebens liegt darin, dass es aufhört. Die Jugend ist glücklich, weil sie die Fähigkeit hat, Schönheit zu sehen. Jeder, der die Fähigkeit behält, Schönheit zu sehen, wird niemals alt. Dann sind sie also frei, fragte sie. Ja, frei bin ich, sagte Karl. Und nichts schien ihm wertloser. Im Kampf zwischen dir und der Welt, Sekundiere der Welt. Wahrheit ist unteilbar, kann sich also selbst nicht erkennen. Wer sie erkennen will, muss Lüge sein. Das Böse weiß vom Guten, aber das Gute vom Bösen nicht. Selbsterkenntnis hat nur das Böse. Das ist Literatur, Flucht vor der Wirklichkeit. Wie kann denn ein Mensch überhaupt schuldig sein? Wir sind jedoch alle Menschen, einer wie der andere. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. In einer Welt der Lüge wird die Lüge nicht einmal durch ihren Gegensatz aus der Welt geschafft, sondern nur durch eine Welt der Wahrheit. Ein erstes Zeichen beginnender Erkenntnis ist der Wunsch zu sterben. Es gibt unendlich viel Hoffnung, nur nicht für uns. Ich kann dich nicht verstehen lassen. Ich kann niemanden verstehen lassen, was in mir vorgeht. Ich kann es mir nicht einmal erklären. Das Glück begreifen, dass der Boden, auf dem du stehst, nicht größer sein kann, als die zwei Füße ihn bedecken. Die Schrift ist unveränderlich und die Meinungen sind oft nur ein Ausdruck der Verzweiflung darüber. Das Zögern vor der Geburt Gibt es eine Seelenwanderung? Dann bin ich noch nicht auf der untersten Stufe. Mein Leben ist das Zögern vor der Geburt. Die Logik ist zwar unerschütterlich, Aber einem Menschen, der leben will, Widersteht sie nicht. Verbringe nicht die Zeit mit dem Suchen des Hindernisses. Vielleicht ist keines da. Je länger man vor der Tür zögert, Desto fremder wird man. Es ist nicht notwendig, dass du aus dem Haus gehst. Bleib bei deinem Tisch und horche. Horche nicht einmal. Warte nur. Warte nicht einmal. Sei völlig still und allein. Anbieten wird sich dir die Welt zur Entlarvung. Sie kann nicht anders. Verzückt wird sie sich vor dir winden. Ich bin ein Käfig Auf der Suche nach einem Vogel Keines der Mädchen hat mich enttäuscht. Nur ich sie beide. Mein Urteil über sie ist heute genau das gleiche, Wie damals, als ich sie heiraten wollte. Ich bin unpünktlich, Weil ich die Schmerzen des Wartens nicht fühle. Ich warte wie ein Rind. An und für sich ist uns das Lachen immer nah. Trotz allem Jammer unseres Lebens Ist ein leises Lachen bei uns gewissermaßen immer zu Hause. Das Negative zu tun Ist uns noch auferlegt. Das Positive Ist uns schon gegeben. Wenn man einmal das Böse bei sich aufgenommen hat, Verlangt es nicht mehr, Dass man ihm glaube. Die Demut gibt jedem, Auch dem einsam Verzweifelnden, Das stärkste Verhältnis zum Mitmenschen. Und zwar sofort. Allerdings nur bei völliger und dauernder Demut. Prüfe dich an der Menschheit. Den Zweifelnden macht sie zweifeln. Den Glaubenden glauben. Ein Mensch, der kein Tagebuch hat, Ist einem Tagebuch gegenüber In einer falschen Position. Ein unglücklicher Mensch, Der kein Kind haben soll, Ist in sein Unglück Schrecklich eingeschlossen. Goethe hält durch die Macht seiner Werke Die Entwicklung der deutschen Sprache Wahrscheinlich zurück. Was ich geleistet habe, Ist nur ein Erfolg des Alleinseins. Der Gedanke, Einmal in seiner Größe gefasst, Kann nicht mehr verschwinden. Solange es Menschen gibt, Wird auch der starke Wunsch da sein, Den Turm zu Ende zu bauen. Der Grundsatz, Nachdem ich entscheide, Ist, Die Schuld ist immer zweifellos. Wie könnten Narren müde werden? Jeder Mensch trägt ein Zimmer in sich. Der Freund ist die Verbindung zwischen Vater und Sohn. Er ist ihre größte Gemeinsamkeit. Liebe zwischen Bruder und Schwester, Die Wiederholung der Liebe zwischen Mutter und Vater. Manches Buch ist wie ein Schlüssel zu unbekannten Räumen innerhalb deines eigenen Schlosses. Ich bin frei und deshalb bin ich verloren. Der Geist wird erst frei, wenn er aufhört, Halt zu sein. Das Gute ist in gewissem Sinne trostlos. Alle Sprache ist nur eine schlechte Übersetzung. Ich habe keine Zeit, Briefe doppelt zu schreiben. Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. So ihr Lieben, das war's mal wieder von uns mit unglaublichen Zitaten von Franz Kafka. Wenn es euch inspiriert hat, teilt dieses Video gerne mit euren Freunden und euren Liebsten. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten und danken euch fürs Zuhören. Wir wünschen eine gedankenreiche Zeit. Eure Lippenleser. und dann noch mal wieder und dann noch mal wieder mit dem und dann noch mal wieder gering mit Ein dein es Liebten Zuhören. dann noch mal wieder